Na, schau mal einer an. Na, schau mal. Ist das jetzt... Nein, ist doch keine Pretty Fly oder Attack Fly oder Fall Alone Fly. Oh, Rouge Brauner. Oh Gott. Ey, Trepp. Es gibt's doch nicht. Panzergroß sind die Teile. Oh, Pageant Ball. Der macht tatsächlich Sinn, weil ich ja die Money-Brillan hab. Wow. Der Pageant Ball macht Sinn. Und ich konnte ihn eh nicht rerollen. Ha, The Defts. Panzergroße Kugeln und ich treffte eine kleine Spinne nicht. Ich glaube, ich spinne. Boom. Oh ja. Meer. Meer-Ketten-Reaktionen. Meer. Ich will auch ans Meer. Das Meer ist schön. Meer, Meer. gibt Meer und eine Chance. Oh, 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 oh. Hat da etwa jemand eine Verteidigung? Ah, Kacke. Ich störe beim Holy Water. Oder auch nicht. Das ist auch in Ordnung. Was ist hier los? Ich versteh grad gar nix mehr. Große Gegner. Kein Ding. Ah, kleine. kleine, winzig, kleine Gegner. In welcher Welt leben wir? Es war sonst nie die Möglichkeit. Oh, ein Dime. Oh, zwei Bomben. Treasure Room. Mons, bruh. Oh, Aua. Glas. Ich schieb's mal auf. Ich benutze es. Weil ich nicht weiß, ob es schon mal benutzt wurde. Ich weiß es echt nicht. Ah, okidoki. Ich hab zwei Bomben. Eine hier. Da-da-di. Da-da-du. Da-da-dam. Äh. Uh. Und jetzt. I charge my dice. Wie kann man einen Würfel aufladen? Did I have ten? Ich über wild man that fish. Fish hat. Fast. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt sind sie noch klein. Und hilflos. Da-da-da-da-da. Etwas dramatisierter gesprochen klingt das wirklich wie pleine Park. Und hilflos. Wie ein Wurm. Okay, im Prinzip sind's... Egal. Na, hoppala. Äh, na. Hoppa. Na. Backtrack. Weil es so Spaß macht. Backtrack. Weil ich dann Gas hab. Was? Okay. Hm... Saiyan Secret Room. Saiyan Secret Room. Saiyan Secret Room. Uuuuh. Verdammt. Uiuiuiuiuiuiuiui. Umso mehr Geld hab ich. Haha. Money. Equals. Power. Ja. Den Schlüssel hol ich mir nachher mit. Backtrack. Damit ich rollen kann. Backtrack. Mama braucht neue Schuhe. Backtrack. Ich hätt gern eine 6. Dann darf ich vielleicht nochmal würfeln. Der Skeleton Key. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaub aber ich brauch den anderen Schlüssel nicht mehr. Ich hab hier jetzt den Skeleton Key. Oh Gott. Polyphemus wird mir noch so einiges versauen. Tschüssi. Time to say. Weiter geht's. Wow. Der Dollar wär jetzt nicht noch... Äh, wäre praktisch. Dank der Money-Brille. Ich glaub, viel stärker können wir eh nicht mehr werden, also. Two of Hearts. Werde ich behalten. Oh, ähm. Hm. Das hier ist jetzt... Aquard. Bitte. Äh. Hm. 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 So. Okay, das ist jetzt echt komisch, weil... Naja. Jetzt kommen die ganzen Schlüssel. Danke. Danke. Äh. Hm. Ha. Hm, ha. Lustig. Was haben wir denn hier? Dau. Naja. 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 Schau mal einer an. Hoppa. Bupi du. Bupi du. Bupi du. Bupi du. Noch ein Schlüssel aufgehoben. Geil. Uh. Ich kann sogar noch... Rechargen. Oh ja. Die Pushpin. Ha. The Fallen. Das heißt, ich bekomme sogar ein... Deal with the Devil Item. Das ist sehr geil. Oh. Das war echt ein Scheiß-Dreck. Und hier habe ich... Oh. Gappi's Head. Hmm. Gappi's Head weg. Hmm. The Parasite. Och du Scheiße. Awesome. This is awesome. What a destruction. Oh. Die fliegen zu den Seiten. Oh. Das ist... Oh. Oh. Okay. Weiter. 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 Ähm. Oh. The Deaths... Wo? Bin ich mal gespannt. Und... Wow. Das war ein kurzes Vergnügen. Der Dead Bird, der wird gerold. Ähm. Aber das kann ich momentan noch nicht. Aber gut zu wissen, dass der Dead Bird da ist. Komm, mach pau, mach pau Nicht an mir Dummes Stück Oh, okay, cool Hadel da, wo du gut war Hier haben wir Ein Hauffen scheiß Dreck Du einen Schlüssel und eine Bombe Da bin ich mit mehr Morgen gegangen, als ich gekommen bin I'm so much destruction Ja, wollte ich nur mal klarstellen, weil Destruction, das ist so mein Ding, müsst ihr wissen Ich kann's machen Ooh, death Stark PhD im Beta-Pilz, das ist auch Gut, ja, kann man so sagen Ich weiß nicht, ob drei Münzen was machen Zehn machen, glaub ich, was, aber drei Spürt Schmerz Damit bin ich sehr zufrieden Ah Gott What to do So Weiter geht's Okay Arsch Was ist das für ein Layout eigentlich, das hab ich noch nie mit dem gehabt Hey, cool, ne Sackgasse Geil Und meine Fresse Ich hab schon gedacht, mit einem Auge und zwei Augen braun sehen mir komisch aus Aber was hier, das toppt noch einiges Ich bin Raver War es jetzt gemein zu sagen, dass ein Raver ein Einäugigen mit zwei Augen braun tappt Stimmen wie ab Ne, keine Ahnung So, ich tippe darauf, dass hier links auch eine Sackgasse ist Na, siehst du Ähm, das heißt Auf zu Mom, denke ich, oder? Ne? Oh, ich könnte noch Tour of Hearts benutzen Genau Habe ich die High Priestess, die ist vielleicht gegen Mom zu benutzen etwas schwierig Dann hebe ich sie mir wohl besser etwas auf So, hier haben wir Hm, Massive Destruction Ja So, viel dazu Und Ah Gott Verpiss dich Pissbacke Mann, das hat schon wieder gelohnt, ha Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Fahr zur Hölle Ja, du Genau du Was ist das hier für eine Scheiße Verstehen Sie Spaß Weil dann, nein Was ist das hier für eine Scheiße Halleluja 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 Und ich rerolle nix Weil ich hier was zum rerollen habe Mutter Doch Oh Red Mom geht noch Oh Mann Oh Mann Da meine ich natürlich. Das war jetzt nicht so dramatisch.